weil ich wieder ja nur rankommen kann zwar so randschauen können so das wird es müssen blöd weil ich hier halt erstmal von hand so passt ja schon wieder immer ruhe bewahren ich mache das schon gut dann hätten wir ja ich muss natürlich noch zwei höher nein da muss ja überdacht werden gut das hätten wir schon mal perfekt gut dann müssen wir jetzt so einbauen das ist ein wenig blöd man macht eigentlich nichts weil wenn ich das immer triggern könnte müsste ich eigentlich ziemlich alle setzen können bis auf den hier mal zu erwarten muss ich mal eben von hier daran wäre gesagt von hier da rein nein du bist zu weit weg ich muss diesen kleider da rausbauen äh sekunde was mache ich hier das ganze einfach noch einmal ich kann natürlich so machen den dann nicht dahin platzieren weil es zu hell ist what am besten ist eigentlich ich mache hier oben komplett erstmal zu wenn ich es denn könnte so dankeschön gut weil jetzt kommt hier nämlich kein licht mehr rein jetzt kann ich die denke ich mal ohne große probleme setzen okay dann die nächsten das wird jetzt hier dieses mischmasch so perfekt und wir haben fast keine stone bricks mehr dabei aber das macht nichts so dann machen wir die hier so ja das ist ganz gut und dann gehen wir doch mal eben unter anderem dieses den verdammten kleider raus tun kleider weg damit schön ähm stone bricks so die sollten reichen und da die app die hier werden jetzt ein kleines problem ah ne gar nicht die sansberries wachsen ja unter jedem lichteinfluss das heißt wir können ruhig ein bisschen aufmachen um so besser platzieren zu können so 1 2 3 4 5 6 perfekt jetzt meine damen und herren brauchen wir nur noch strom strom und item luke da so ich drab mich dafür mal hier so runter und wir tun warum komm ich jetzt ich komm immer noch nicht runter warum nicht ich komm nur hoch aber nicht runter nein meine spitzhacke dafür brauchen wir unseren tesseract welche mittlerweile gefüllt sein sollten äh wo tesseract 1 2 noch mal redstone energy conwits schon haben wir nur 14 das ist nicht so gut und wir brauchen item dukt o park content scanner bis hin das ist gut das muss so gut dann würde ich sagen tun wir den tetherrack für den strom brauchen wir zwei oder können auch einfach einnehmen packen wir einfach mal hier so mittig 1 2 3 und oben zwei strom erst mal item mode send only und energy mode receive only so jetzt muss ich nur schauen wie wir das machen werden besten wäre es ja wenn wir den ich muss mal gucken wenn wir jetzt sekunde jetzt aufschlagen kann man hier quasi einen item dukt benutzen da auch könnten wir wenn ich da aufschlagen da auch könnte man so quasi zu dem tetherrack kommen wenn ich hier überall noch mal zu machen komplett könnten wir hier in der tat überall zum tetherrack kommen per item dukt so müssen wir noch einstellen du du nimmst dir spuckt aus da brauchen wir noch ein paar dieser so genannten pneumatik servos so dass die hier auf jeden fall wir brauchen drei pneumatik servos dann können die nämlich schon mal senden aber die dürfen gar nicht an strom erst mal senden das heißt ich brauche doch zwei tetherrack oder ich mache eins oder stelle eines strom erst mal doch kann ich wohl muss ich nur machen dass items geblockt sind und energy mode gesendet wird und hier drunter hatten wir ja dieses komische konstrukt strom erst mal item mode receive only genau das heißt passt auf jeden fall so das ist gut das ist gut das kommt mir vor wie eine ziemlich lange 50 minuten okay dann machen wir das noch fertig so weit es geht pneumatik servos servos habe ich noch eine 2,3,4,5,6,7,8,9 ich brauche doch nur drei oder so ich habe gleich erstmal 10 gemacht sehr gut sehr gut so install install jetzt von oben nochmal und install gut dann ist mit der leeren hand noch an kraftchen redstone signal äh ignored ignored so das heißt es müssten alle items von den dingern da rein fluchen jetzt muss ich nur noch den hier machen den hier machen dann kann das ganze hier eigentlich wieder zu wenn es mich nicht alles täuscht ja schon haben wir unsere bärenfarm automatisiert ist das nicht schön also wir bekommen jetzt automatisch ganzen or berries aber aber wir haben noch nicht ähm wir haben die packager noch nicht aktiv was ja nicht schlimm ist und ich möchte jetzt ganz gerne noch ähm dark glass machen dark glass dark glass blackout curtains und und kann man die aufhängen die 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 das sandy glass sandiglas und das noch mal schmelzen oder what habe ich kein problem mit aber wir brauchen wahrscheinlich mehr ingsex na stimmt diesen swimboost muss ich auch noch mal machen zum zombie auf mich zu gerannt ich sehe es auf der minimap aber du kannst nicht schwimmen und auch nicht fliegen also tippen fische wo sie auch noch mal ein auto spawnen oder sowas mitmachen mit ingsex ich finde das gebäude sieht an sich ganz gut aus und es würde besser aus wenn es mal fertig wird nein na gut dann muss ich noch mal ein paar tintenfische killen gehen da ist noch ein lack drauf oder naja keine waffe mehr mit kein rapier mehr mit lack ok welche nummer hätte denn der cli war 1 4 3 2 4 1 4 3 2 4 ne habe ich nicht mehr ok gut dann schlachten noch ein paar wehrlose tintenfische warum habe ich das nicht aufkommt oh nein wir ertrinken oh nein oh dieser water boost wäre echt nicht schlecht natürlich könnte ich mich auch sofort bewegen total sinnlos so wie lange nehmen wir jetzt schon auf fast eine stunde aber ich weiß übrigens nicht wann diese folgen hier irgendwie kommen oder oder whatever wow how dare you trickshot 311000 dass ich das ding gerade laufen so ein ds das war das nicht abgesprochen ok schauen wir mal ob wir noch ein bisschen weiteres darkless machen können 14 ja gut mit 14 kann ich schon ein bisschen mehr anfangen dann machen wir das noch mal ein bisschen sexier dann machen wir das noch mal ein bisschen sexier dann machen wir das noch mal ein bisschen sexier zwei so durch darkless kommt ja kein licht durch und ich wüsste wie ich meine night vision ausmache dann habe ich mir sagen lassen so dass wir eigentlich so auf dieses 3x3 haben so dass wir dann links noch eins haben jeweils kommen können wir eigentlich können wir eigentlich machen das ist mein tool weg das ist nicht richtig hallo hallo so jetzt noch so und dann haben haben wir es gut fehlt noch eine ebene aber so können wir immerhin mal reinschauen so weit sind sie und die werden direkt in unser me system gescheppert aber bei me system ich schaue noch mal ganz ruckzuck ob wir diamond ohr haben nö sehr gut ja gut redstone wird immer mehr das gefällt mir lapis wird bestimmt auch immer mehr und kohle kohle haben wir mittlerweile 12.000 sehr gut und lapis haben wir 4.102 gut dann machen wir aus dem lapis mal eben ein paar stex blöcke perfekt so dann würde ich sagen was das mit diesen parts von minecraft ich hoffe dass das player soll gefallen falls ja kommentare und kritik sind natürlich wie eben erwünschen in jeglicher form wir sehen uns dann beim nächsten mal ciao